Hallo ihr Lieben, heute seht ihr mich mal nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Die Maike hat ja schon ganz oft ihr Bücherregal durchgearbeitet und euch gezeigt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht habt ihr Lust auch meine Bücherregal zu sehen. Ich habe insgesamt zwei, aber es ist das hier im Schlafzimmer. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk nach unten. Ich bin ja schon so ein bisschen aufgebaut in der Kamera. Das ist halt das Billy, was im Schlafzimmer steht. Dann habe ich hinter mir noch ein Regal, leider nicht so ein schönes Billy-Regal, sondern einfach so Regalbretter. Das muss auch irgendwann mal ausgetauscht werden, aber geht ja nicht immer alles auf einmal. Und ich habe mir gedacht, wir starten hier mit diesem Regalbrett ganz oben und zwar dieses. Und mal gucken, wie bald wir so kommen. Vielleicht schaffen wir dieses auch noch. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, dann fangen wir mal an. Und zwar ist die oberste Reihe, die ihr hier seht, so meine Krimi, Thriller oder einfach spannende Romane-Reihe. Ich habe die jetzt nicht so aufgeteilt in Thriller, Krimis nochmal extra, sondern habe so die spannenden Bücher einfach zusammengepackt. Und dann starten wir einfach mal mit dem ersten Buch ganz links. Das ist nämlich eine Trilogie, wobei sie nicht abgeschlossen ist. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Dann hole ich das mal eben raus. Und zwar ist das hier von der Autorin Laura Wulff. Dahinter verbirgt sich ein Synonym. Dahinter verbirgt sich die liebe Sandra Henke. Und zwar ist das hier ihre Krimi-Reihe, die in Köln auch spielt oder Thriller-Reihe. Und zwar heißt der Leiden sollst du. So, das ist der erste Fall vom Hauptkriminalkommissar Zucker. Das ist der Daniel. Und zwar hat er durch einen Unfall im Privatbereich, einen Schwenunfall gehabt und ist dann querschnittsgelähmt geworden, sagt man das so. Auf jeden Fall ist er querschnittsgelähmt. Er sitzt jetzt im Rollstuhl und ist jetzt am Überlegen, ob er halt seinen Beruf wieder aufnehmen soll, weil er ihm natürlich schon fehlt. Aber natürlich so ein Hauptkommissar im Rollstuhl natürlich auch Schwierigkeiten hat, Fälle zu lösen oder es natürlich werden ihm einige Hürden gestellt. Er will halt wieder gerne anfangen, will halt neu ins Berufsleben starten. Er hat eine Frau, das ist die Marie, die ihm auch treu zur Seite steht. Er hat natürlich dadurch, dass er vorher super aktiv war und fest im Leben stand mit beiden Beinen, natürlich seine Psyche in ordentlichen Knacks bekommen. Dadurch, dass er jetzt halt so gehindert ist und das natürlich auch für die Ehe nicht so alles so rund läuft. Aber sie steht fest hinter ihm, liebt ihn heiß und innig und sie ist Gerichtszeichnerin. Und in diesem ersten Mann geht es darum, dass eine 17-jährige junge Frau angespült wird am Rheinufer. Es stellt sich raus, es ist die 17-jährige Julia und die wiederum ist befreundet gewesen mit dem Cousin Ben von der Marie. Und Ben verhält sich relativ merkwürdig. Sie wird halt gefunden, nachdem sie wochenlang vermisst ist. Und er zeigt überhaupt keine Regung und das macht Marie so ein bisschen Sorgen. Und sie fängt halt an so ein bisschen zu ermitteln. Dann kommt da noch eine zweite Leiche, die gefunden wird. Und dann merkt sie halt sehr schnell, dass irgendeine schlimme Bedrohung halt bevorsteht. Aber ich habe den super gerne gelesen. Ich fand den richtig gut. Ist super spannend geschrieben und ich konnte ihn echt so weglesen. Also kann ich euch echt empfehlen. Dann der zweite Band von der Zuckerreihe ist Nummer 13. Da geht es um ein Haus in einer Straße, in Köln spielt das auch, in dem Ex-Sexualstraftäter leben, die halt also rehabilitiert sind sozusagen. Die leben alle zusammen in diesem Haus eingefärscht. Hat natürlich so ein bisschen die Atmosphäre vom Ghetto. Und eine Nachbarin beobachtet einen Mord in diesem Haus. Und sie beschreibt den Mörder als einen Mönch, der eine Kutte trägt. Daniel wird zum Ermitteln hinzugezogen. Und in diesem Buch spielt halt der Cousin von Marie, der Ben, eine große Rolle, der da mitmischt und mithilft und sich seinen Dämonen stellt. Und den Band fand ich auch super, super spannend und habe den auch total gerne gelesen. Da war ich auch in einer Lesung mit der Maike in Düsseldorf und das hat auch richtig Spaß gemacht. Das ist der dritte Band und leider der letzte, weil die Reihe wird leider nicht fortgesetzt. Finde ich wirklich, wirklich schade, weil ich kann mich erinnern, dass ich das zu Ende gelesen habe, gedacht, boah, ich muss unbedingt den vierten Band haben. Das war jetzt nicht so ein Riesencliffhänger, aber so ein kleiner war da schon drin. Und dann hat die Sandra Henke gesagt, dass sie das jetzt nicht mehr schreibt, was nicht mehr verlegt wird und das ist echt traurig, weil ich fand die Reihe echt gut. Und das ist, wie gesagt, der dritte Teil, Töte und Lebe. Da wird ein Mann gefunden, die Leiche eines Mannes mit Down-Syndrom, kurz darauf noch eine zweite Leiche und ziemlich schnell wird klar, okay, die wurden sehr schwer misshandelt bis zum Tode und da scheint irgendjemand etwas gegen Behinderte zu haben. Und da fühlt sich natürlich Daniel, der im Rollstuhl sitzt, natürlich auch angegriffen und persönlich betroffen und dementsprechend mischt er da mit und löst den Fall und das ist wirklich super spannend. Anwiegend ich meine, mich zu erinnern, dass das noch ein ziemlicher Cliffhanger war. Dann habe ich hier noch so ein Foto eigentlich davor stehen, das ist jetzt umgefallen und zwar zeigt das, ich muss nochmal gucken, sieht man das? Genau, das ist die Stefanie Ross und die Maike und ich, das war auf der Love Letter Convention, haben die so süße Bilder gemacht. Das tue ich jetzt mal an die Seite. Ah, ich komme jetzt zur Steffi-Reihe. Reihe ist gut. Die Sache ist die, ich habe von der Steffi hauptsächlich Greeter auf dem Ibo Greeter und beneide dann immer Maikes Regal, die die so schön da drauf trappiert hat. Aber es ist ja auch Quatsch, sich das doppelt zu kaufen, aber ich bin immer oft davor. Also fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier, das ist mittlerweile, das ist der zweite Band der LKA-Reihe oder der Krimi-Reihe, die in Hamburg spielt. Der erste ist Fatale Bilanz, den habe ich halt auf dem E-Book wieder gelesen und den habe ich jetzt halt als Buch, weil ich den auf der Love Letter Convention mitgenommen habe. Genau. Und zwar ist das Cerberus Unsichtbare Gefahr. Ist halt, wie gesagt, der zweite Teil. Da geht es um den Navy Seal Mark Rawlings, der vor einem Rätsel steht, ein Anschlag wurde verübt auf amerikanische Spezieleinheit mit einer chemischen Waffe. Und keiner kennt diese Waffe genau und die Spur führt halt nach Hamburg. Und dann arbeitet der Mark Rawlings halt mit den LKA-Mitarbeitern in Hamburg zusammen und das ist immer super rasant, die Geschichten. Und ich finde, die Personen, die da mitspielen, sind immer, geht einem ans Herz oder haben auch, sind einfach tolle Typen und die treffen natürlich auch immer eine Frau und das ist auch gut so. Und ich lese es immer total gerne. Der dritte Teil war dann Hydra. Die habe ich noch gelesen auf dem Kindle. War auch super. Da ging es ums Drogenmilieu. Und dann habe ich, glaube ich, da nicht weitergemacht. Wenn ich richtig entsinne. Ich weiß gar nicht genau. Dann haben wir hier noch Nemesis. Das ist auch, spielt auch wieder in Hamburg, soweit ich das weiß. Leider nicht mehr im Lyx-Verlag verlegt. Das hat die Steffi dann aber über Amazon dazu selbst rausgebracht, weil das ganz doll am Herzen liegt, das Buch. Und ich kann das auch verstehen. Das ist echt ein sehr ans Herz gehende, schockierende Buch. Und zwar geht es in Nemesis Verkaufte Unschuld um die Ermittler Sandra Meinke. Die arbeitet beim LKA. Und die wird eines Tages am Supermarkt fast gekidnappt, in so einen Transporter gezogen. Und zum Glück ist der Daniel Eddings, auch ein Navy SEAL, der auch zwischendurch mal in Hamburg ist, da und verhindert das. Und sie erzählt ihm dann, was sie glaubt, was dahinter steckt. Und zwar ist sie seit Längerem schon verdeckt, sozusagen am Ermitteln gegen eine professionelle Kinderhändlerin. Aber ihr Vorgesetzter glaubt ihr das nicht, dass er was dahinter steckt. Und Daniel natürlich fuhrt. Und dann versuchen sie, das zu ermitteln. Und es wird ziemlich heiß, geht es her. Und natürlich Kinderhandel ist natürlich auch nochmal so ein Thema, was als Mama dann auch nochmal ganz nahe geht. Und das habe ich auch super gern gelesen. Fand ich auch richtig gut. Dann das letzte Buch von der Steffi, was ich hier im Regal stehen habe, ist auch automatisch schon der, muss gucken, der fünfte Teil. Genau. Und zwar ist das nämlich die Degras-Reihe, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ich hatte vorher noch nie was gelesen mit so Navy SEALs und weiß ich nicht. Und ich, Leute, war überhaupt nicht so mein Ding, habe ich immer gedacht. Bis die Maike mich an das Besseren gelehrt hat und mir den Luke ausgeliehen hat. Das ist nämlich der erste Teil der Reihe. Luke ist der erste Bruder, sozusagen, von den 1, 2, 3, 4 Brüdern sind es. Oder 5 Brüdern sind es. Genau. Und den habe ich so weggelesen. War total begeistert. Und habe mir die anderen dann natürlich wieder auf dem E-Book wieder geholt. Und da ärgere ich mich schon ein bisschen, weil die sehen alle super aus. Da ist überall so ein toller Typ drauf. Und die sind von der Aufmachung her. Und da sind auch bei Lux erschienen und ich fand die richtig gut. Und ich, da glaube ich, werde ich mir irgendwann die anderen, glaube ich, doch noch zulegen, weil die einfach toll aussehen. Also, wie gesagt, da gibt es vorher den Luke. Dann gibt es noch den Jay. Das ist der Bruder, der beim FBI arbeitet. Dann gibt es den Rob. Das ist der dritte Band. Der ist Anwalt. Dann kommt zwischendurch mal noch so eine Novelle mit dem Scott. Das ist so ein Freund von denen. Und dann der fünfte ist halt der Dom. Und der ist, meine ich, Reporter, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon ein bisschen länger her. Genau. Und sein bester Freund, der Reporter ist, der wird auf grausame Art und Weise ermordet. Und Dom ist natürlich sehr bestürzt und will dem natürlich auf den Grund gehen und die Verantwortlichen hinter Gittern bringen. Er beginnt dann halt verdeckt zu ermitteln und kommt ins Netz von Waffenhändlern. Auch wieder super spannend. Und verschiedene Stränge passieren da. Und er trifft auf Samira, die auch nicht die ist, die zu sein scheint. Aber die natürlich einen Platz in Doms Herz gewinnt und das auch alles ganz dramatisch abläuft. Kann ich euch total empfehlen. Man fragt ja immer so, wer sind die Lieblingsbrüder. Also ich finde natürlich Luke super. Da kommt auch keiner, glaube ich, richtig dran. Und ich glaube, danach kommt schon Dom. Und dann Rob. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Die Steffi empfindet immer so tolle Typen. Genau, also das dazu. Dann kommt die nächste deutsche Autorin, die ich dadurch entdeckt habe. Die ist, glaube ich, auch mit der Steffen gefreundet. Und zwar ist das hier die Michelle Raven. Und das ist ihr Band Crossroads, den sie rausgebracht hat, die Reihe. Das ist der erste Band. Und zwar ist das Ohne Gnade. Das ist auch super spannend. Das ist auch so Romantic Thrill. Spielt im, irgendeinem National Park. Olympic National Park, genau. Da spielt es. Und zwar begegnen sich da zwei Menschen, die sich im normalen Leben sonst nie begegnet wären. Und zwar ist Warren geschieden von seiner Frau und ist in seiner siebenjährigen Tochter halt Kempten. Und der schlimmste Albtraum passiert. Seine Tochter verschwindet über Nacht spurlos. Und er geht natürlich direkt zur Polizei, ist fix und fertig. Die sind aber gerade sehr beschäftigt auf der Suche nach zwei Mördern, die ihm nicht mit dem Gefangentransport verunglückt sind. Und die suchen sie jetzt halt, weil die auf freiem Fuß sind. Und in seiner Verzweiflung trifft er halt auf Angel. Angel ist Hundeführerin in diesem Park. Und die beiden machen sich dann auf den Weg, um die Tochter zu finden. Und das ist echt eine super spannende Geschichte. Und natürlich kommt die Liebe auch nicht zu kurz. Aber es ist halt so, also richtig toll. Also kann ich euch echt empfehlen. Da habe ich so weggesuchtet. Und ja, fand ich einfach super. Da waren wir auch auf der Lesung, Maike und ich, in der Mayerischen in Köln. War auch sehr toll. Ganz nette Autorin. Das ist der zweite Band von ihr. Crossroads ohne Ausweg. Schande auf meinen Hauch. Kann ich euch gar nichts zu erzählen. Habe ich noch nicht gelesen. Da geht es um Damon. Und Damon ist einer von den Gefangenen, die aus dem Band, aus dem Transporter, da verunglückt oder abgehauen sind. Er ist nämlich zu Unrecht verurteilt. Und zu Tode verurteilt. Und er ist auf der Suche nach dem wahren Mörder von seiner Geliebten, wo er halt für angeklagt ist. Steht auf meiner To-Do-Liste. Muss ich unbedingt noch lesen, weil der wird mit Sicherheit genauso gut sein wie der erste. So, bitte rein damit. Kann ich euch empfehlen. Michelle Raven. Genau. Dann kommt die nächste Trilogie, die ich gelesen habe. Und zwar ist das von Mark Rodericks, auch ein deutscher Autor. Postmortem, Tränen aus Blut. Das Buch habe ich euch mal in anderen Videos gezeigt. Das ist halt so haptisch. Die Tropfen kann man anfassen so ein bisschen. Finde ich, sieht super aus. Sieht natürlich, wenn es so steht, nicht so richtig. Hat jetzt aber nicht den Platz, das die ganze Zeit so hinzustellen. Genau. Postmortem. Das habe ich mir geholt, weil die liebe Anka von Ankas Geblubber da so von geschwärmt hat. Und ich gesagt, das sieht auch super aus. Hole ich mir. Hört sich auch gut an. Habe ich auch so weggelesen. Fand ich super. Da geht es darum, dass eine Familie schwullos verschwindet. Ein Mann wird parallel in einem Hotelzimmer mit zwei Schüssen aufgefunden. Natürlich tot. Und er hat, das ist ein Reporter, der an einem heißen Fall dran war. Und der hat zwei Nachrichten verschickt. Zwei letzte. Eine an seinen Bruder. Der Bruder ist der Ephraim. Und ist Profikiller. Und die andere Nachricht ging an die Interpol-Agentin Emilia Ness. Und natürlich, wie es so ist, kommen die beiden dazu und ermitteln zusammen. Auch eine ganz spannende Geschichte. Hat mich echt mitgerissen. Hab ich so weggelesen. Ich fand es auch so toll, dieser Ephraim Cooper oder Ephraim Cooper als Profikiller. Ein ganz vielspieliger Charakter. Aber in seiner Seele irgendwo ist schon immer da was Gutes. Aber er ist auch ganz böse. Aber das fand ich, hat die Geschichte echt gut ausgemacht. Fand ich richtig gut. Deshalb musste ich mir dann auch direkt den zweiten Band holen. Das ist dieser hier. Post Mortem, Zeit der Asche. Der hat schon ein bisschen geschwächelt gegenüber dem ersten Band. War aber trotzdem noch, fand ich gut. Aber ein bisschen langatmig. Also man hat sich so ein... Hat den nicht so schnell weggelesen, weil sehr viel erzählt wurde. Und man dachte mir, ja jetzt komm mal zum Punkt. Aber trotz allem noch gut. Da geht es halt weiter sozusagen. Da geht es um einen bestialischen Foltermord. Der in einem abgelegenen Landhaus in Südfrankreich passiert ist. Und die Handschrift kennt Ephraim und Emilia nur zu gut. Und damit ermitteln sie auch wieder zusammen, die zwei. Wie gesagt, ist ein bisschen langatmiger zum Lesen. Aber trotzdem noch okay. Dass ich gesagt habe, nee komm, manchmal ist das hier so. Der erste haut rein, der zweite schwächelt und der dritte ist wieder der Burner. Oh nein, es verschiebt sich alles. Bin ich schon vor der Kamera mit dem Gesicht? Nee. Ich hole es mal auf. Wo ist es? Da ist es. Genau, und das ist der dritte Teil. Was mich da ja auch total grandios stört, ist, dass die Schrift gelb ist. Sieht doch scheiße aus, seid mal ehrlich, oder? Ich weiß nicht. Egal. Postmortem, Tage des Zorns. Dritter Band. Und da muss ich sagen, war ich richtig enttäuscht. Also, wer mit dem zweiten schon ein bisschen Probleme hat, ich glaube, dem wird es dann beim dritten ähnlich gehen wie mir. Da geht es darum, dass die Tochter von Emilia Ness entführt wird und sich in der Gewalt von einem wirklich schlimmen Psychopathen befindet. Ephraim Kippa spielt natürlich auch wieder mit. Der ist auf der Jagd nach einem alten Rivalen und die Wege kreuzen sich natürlich. Und da war es wirklich so, dass es mir ein bisschen too much war. Also, da hat man, ich habe zwischendurch da gesessen und gesagt, boah, nee, das ist jetzt nicht auch noch. Ach, komm, jetzt ist mal gut. Ich glaube, entweder hätte man neue Personen reinbringen müssen im dritten Band oder auch mal einfach jetzt die Emilia Emilia sein lassen und den Ephraim auch mal für sich. Oder man hätte andere Schauspiel, ich weiß es nicht. Man hat so das Gefühl gehabt, er wollte da nochmal was rausreißen, aber es war mir einfach zu viel und es wurde halt einfach zu unrealistisch. Deshalb kann ich den euch leider echt nicht empfehlen, was wirklich schade ist, weil ich glaube, schlecht ist der wirklich nicht. Genau. Dann habe ich hier den Band, den habe ich mir bei Rebuy bestellt. Wenn er mein Unpacking gesehen hat, hat er den auch gesehen. Habe ich noch nicht gelesen. Das ist der unsichtbare Gast von Marie Hermansson. Ich finde das Cover auch super schön. Das ist eine Empfehlung von der Ilke von Buchgeschichten gewesen mal und deshalb hat es schon auf meiner Wunschliste. Da geht es darum, um eine ältere Dame, Florence, die in einem alten Gutshaus lebt, die aber im Köpfchen, also in ihre innere Uhr schlägt noch 1943 und ist da stehen geblieben. Und sie hat so fünf junge Menschen um sich rum, die halt für sie putzen kochen und so, so Angestellten. Die das natürlich wissen, dass sie da kopftechnisch irgendwo anders noch rumschwirrt. Die das aber ganz genießen da mit ihr. Also die müssen halt auch unsicht so tote Gäste bewirten. Also die, mit denen sie redet, ist halt keiner. Aber das machen die natürlich. Die haben halt guten Wein im Keller und die fühlen sich da ganz wohl. Und eines Tages taucht aber ein Unbekannter oder ein Bekannter auf und die Inszenierung bekommt Risse. Und das hörte sich so spannend an und das muss ich auch unbedingt noch lesen. Läuft jetzt nicht als Thriller oder Krimi, sondern als Roman, aber halt mit so Thriller-Elementen. Deshalb steht der hier oben. Ich packe den mal kurz nach da. Das nächste dicke Klöpperchen, was ich hier habe, ist der Übergang. Den kennt ihr bestimmt. Den habt ihr bestimmt schon mal gesehen in diversen YouTube-Videos. Und zwar ist das von Justin Cronen. Ja, der ist ziemlich dick, wie man guckt. Der hat ja über 1000 Seiten. Aber ich habe mir den mal zugelegt, auch bei einer Rebuy-Bestellung, glaube ich, weil der sich einfach echt spannend anhört. Und ich will den auch unbedingt noch lesen. Ich packe ihn noch nicht weg. Ich habe sogar jetzt den Dominik von Leseblick. Der hat das gerade aussortiert, weil der auch so zwiegespalten war. Er hat das, glaube ich, gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber war jetzt nicht so begeistert. Aber andere Stimmen waren sehr begeistert. Und ich weiß zum Beispiel die Mona von Bücherwunder, die fand das super. Und ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch gefällt. Ich sage mal kurz, um was es geht, was ich halt von hinten weiß. Da geht es halt darum, dass ein sechsjähriges Mädchen von einem FBI-Agenten entführt wird. Und zwar auf ein Gelände, wo medizinische Geheimversuche gestartet werden. Und die haben halt lange auf so eigenen Mädels wie die Amy, so heißt sie, haben sie gesucht, weil sie halt wohl optimale Voraussetzungen bietet. Und dieses Experiment, dieses Mysteriöse heißt halt Menschen unsterblich machen. Dann geht was schief und das Chaos beginnt. Hinten steht auch drauf, dass der Stephen King das absolut empfiehlt. Und dann denkt man sich, wenn der Stephen King das empfiehlt, muss da echt was dran sein. Also ich will das echt unbedingt mal lesen. Genau, das nächste Buch, was ich hier noch stehen habe, ist auch ungelesen. Jetzt kommen so ein bisschen die Ungelesenen. Das ist der Kindersammler von Sabine Tiesler. Das habe ich mal von einem Freund bekommen. Das ist ein Leseexemplar. Das hat er mir vorbeigebracht und ich sollte es mal lesen. Ja, habe ich ja schnell gemacht. Steht noch hier, muss noch gelesen werden. Hört sich nämlich super an. Und zwar geht es im Kindersammler um Anne und Harald. Das ist ein Ehepaar, die ihren persönlichen Albtraum erleben. Ich glaube, das ist der Albtraum eines jeden Elternpaares. Sie fahren in die Toskana in den Urlaub und ihr Kind verschwindet spurlos. Die Polizei hat überhaupt keine Spuren, gibt die Suche dann irgendwann auf, weil überhaupt gar keine Indizien, keine Spuren, gar nichts gibt. Und somit müssen sie zurück nach Hause fliegen ohne den Felix, so heißt der junge Mann. Nach zehn Jahren kehrt die Anne, das ist die Mama, wieder zurück an den Ort und ahnt halt nicht, wie nah sie dem Täter und der Täter ihr ist. Und das hört sich richtig spannend an und das muss ich auch unbedingt mal lesen. Das ist eine Urangst von jeder Mama, aber lesen möchte ich das dann schon irgendwann mal. Das ist ein Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk von meinen Schwiegereltern. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Schau mal auf mein Haupt. Möchte ich aber lesen, hört sich nämlich super an. Und zwar von James Patterson, das zehnte Gebot. Und ich habe von dem noch nichts gelesen, habe aber gehört, dass viele total begeistert von dem sind. Und der Papa von meinem Schätzelein, wie gesagt, findet die Bücher auch richtig gut und meinte, ich muss das mal lesen und ich mache es auch irgendwann. Und zwar geht es da um den Detective oder die Detektivin, Lindsay Boxer, die ermittelt bei einem abscheulichen Erbrechen, Erbrechen, gut, ne? Bei einem abscheulichen Verbrechen. Und zwar wird ein junges Mädchen aufgegriffen, wird schwer verletzt zurückgelassen und das Baby, was sie gerade neu geboren hat, ist verschwunden. Es gibt keine Spuren und dann werden noch mehr Mädchen überwältigt in diesem Ort, wo das stattfindet. Und der Druck steigt, das Baby zu finden und das hört sich einfach richtig gut an. Und wie gesagt, es ist auch eine Empfehlung von meinem Schwiegervater, dass ich den Auto auch mal entdecken soll und das muss ich auch unbedingt noch machen. Wird gemacht, ich verspreche es, hoch und heilig. Dann habe ich hier noch oben in der Reihe stehen, auch ungelesen, war mal auf dem Mängelexemplare-Tisch, ich habe es heute. Und zwar, ihr seht das gar nicht wegen der Lichterkette, ne? So ist besser, gell? Und zwar ist das von Christina Schwarz, Novemberkind. Das, wie gesagt, war mal auf dem Mängelexemplare-Tisch und musste mit, sah noch gut aus. Ich habe gesagt, pack mal ein. Okay, da geht es um eine junge Krankenschwester Amanda, die während des Ersten Weltkriegs zu ihrer Schwester nach Wisconsin zurückkehrt, die noch eine Tochter hat, die Ruth. Und Amanda hat ein großes Problem, über das sie nicht spricht. Dann irgendwann in einer kalten Novembernacht passiert das katastrophale Mathilda, das ist die Schwester, verunglückt tödlich. Jahre später versucht Ruth, die Tochter von Mathilda, herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Amanda schweigt beharrlich und es scheinen da einige Familiengeheimnisse mit zu spielen. Und es hörte sich richtig spannend an. Deshalb habe ich das mitgenommen, weil man noch nicht gelesen. Naja. Das Buch steht auch schon länger in meinem Regal. Das war auch beim Sub-Video dabei, letztes Mal. Und zwar von Tana French-Grabesgrün. Da hat mir ja auch eine liebe Zuschauer von euch geschrieben, dass das super gut ist und dass die Bücher von ihr alle super sind. Da ist es direkt nochmal nach oben gewandert, dass ich es lesen muss. Ich habe es ja jetzt auch von der zweiten Reihe in die erste gestellt. So ist es nicht. Und da geht es um ein kleines Mädchen. Das wird umgebracht und auf einem Opferaltar so einer alten Ausgrabungsstätte aufgebahrt. Das spielt in Dublin, meine ich. Genau. Und die Ermittler, Rob und Cassie, machen sich dann darauf, diesen Fall zu lösen. Und ich meine, Rob spielt da auch noch eine Rolle. Der hat auch noch irgendwie ein Geheimnis oder ein schlimmes, traumatisches Erlebnis in der Kindheit gehabt. Keine Ahnung. Spielt auf jeden Fall mit rein. Möchte ich auch unbedingt noch lesen. Habe ich noch nicht. So, das war jetzt schon mal die oberste Reihe. Und ja, von meiner spannenden Reihe. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich mal nach unten zutschen. Bis bei euch. Hallo, ihr Lieben. Hier ist das die Zukunfts-Anja im Hintergrund. Ich habe gerade beim Schneiden festgestellt, dass ich euch viel zu viel erzählt habe. Also ich meine, zu den Büchern ist es, glaube ich, okay, wenn, denke ich, das Problem ist nur, dass das Video, wenn ich alle beide Regalbretter zeige, also dieses und dieses, es so knapp eine Dreiviertelstunde geht. Und ich glaube, das ist ein bisschen lang. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, machen wir jetzt mal Schluss. Machen wir jetzt einen Cut und die zweite Buchreihe, die auch noch Thriller, Krimis und spannende Geschichten enthält, die zeige ich euch einfach im nächsten Video. Und wir machen das einfach halb. Okay. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, wie ihr das Video gefunden habt, ob ihr auch ein paar Bücher davon kennt, ob ihr mir welche empfehlen könnt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dahin, eine schöne Lesezeit. Tschüss.